Bist du beschäftigt, Bluey? Nein, noch nicht. Das ist ein Fisch-und-Chips-Laden. Aber der Fisch ist leider alle. Also gibt es Chips ohne Fisch. Okay, tja, bleib geduldig. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Oh, oh, tut mir leid, Coco. Ach je, ach je, das ist aber ganz schön voll hier bei euch. Ja, das stimmt. Ich muss wahrscheinlich bald hier ausziehen. Wusstet ihr schon, dass heute ein neuer Fisch-und-Chips-Laden nebenan eröffnet hat? Hast du das gehört, Roderick? Da müssen wir unbedingt hin. Das sieht gut aus. Ich baue gerade ein Haus. Es wird ein Zimmer unten und ein Zimmer oben haben. Wunderbar. Ich glaube, dass Indy gerade eine neue Wohnung sucht. Und die Terrier haben noch eine schöne Burg gebaut. Wir sind Römer. Das sehe ich. Und ihr seid hier, um euer Königreich zu beschützen? Genau, Kalypso. Das ist gut. Musst du denn auch beschützt werden? Im Augenblick nicht, danke. Kalypso, kann ich vielleicht bitte jetzt ein Zwerg haben? Lass mich mal sehen. Ich hab ein Bett für den Zwerg zum Schlafen gebaut. Wunderschön. Aber dein Zwerg braucht auch noch einen Wald für seinen Morgenspaziergang. Oh ja. Du freches Baby. Du bist ganz wunderschön. Hi, Bluey. Hi. Oh, du hast aber wirklich viele Kunden. Oh ja, ich bin voll im Stress. Was ist bei dir so los? Ich ziehe gerade aus. Oh, wo geht's denn hin? Weiß ich noch nicht. Hi, Indy. Willst du mit zu mir in mein Haus ziehen? Ja. Du kannst mein oberes Zimmer für 10 Talerscheine mieten. Klasse. Ich hab aber keine Talerscheine. Hm. Dann brauchst du eine Arbeit. Ja. Ich könnte eine Kellnerin bei Bluey sein. Kannst du dich um Polly kümmern? Klar. Bis dann. Willst du heute lernen, wie man einen Zaun baut, Polly? Willst du heute lernen, wie man einen Zaun baut, Polly?